Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute geht es nach Kassel, um genauer zu sein, nach Kaufungen, auf einen kostenlosen Wohnmobil- und Wohnwagenstellplatz. Und wir nehmen heute natürlich unseren Wohnwagen dann für die Weltreise auch mit und werden den jetzt nochmal testen, ob das jetzt mittlerweile mit dem Solar reicht. Beim letzten Mal haben wir festgestellt, bei wolkigem Wetter, so wie es jetzt halt momentan in Februar ist, Reichen die 200 Wattstunden nicht aus, dass ich dafür einen Laptop betreiben kann und so weiter. Jetzt haben wir nochmal 100 Wattstunden mehr auf das Dach geklebt und werden dann jetzt mal gucken, ob das reicht. Wir fahren erst nach Kassel und dann geht es in ein, zwei Tagen weiter in den Center Park ins Hochsauerland und werden da ins Schwimmbad gehen, allgemein Aktivitäten machen. Ja, und ich nehme euch einfach jetzt mal ein bisschen auf meinen Tag mit. Boah, meine Augen sehen heute aber auch wieder ultrafertig aus. Ich habe nur viereinhalb Stunden geschlafen, aber naja, erholen kann ich mich ja gleich dann in Kassel. Aber wir werden wahrscheinlich eh wieder so viele Aktivitäten machen, dass wir nur abends dann mal uns entspannen und erholen. Hallo! Bist du auch der Uwe und auch dabei? Ja, ich bin der Uwe und bin auch mit dabei. Ja, das kann ich diesmal nicht einblenden, weil das habe ich beim letzten Mal bei dir schon eingeblendet. Dann bin ich die Ulrike und ich bin auch mit dabei. Da gibt es leider keine Memes für. Nee? Nee, leider nicht. Dann müssen wir welche machen. Haben Sie das Navigationssystem gestellt? Sie? Sind Sie bereit? Ja, es war ganz schön windig und kalt. So, das waren jetzt auch die ersten Bauernproteste, die wir direkt mitgesehen haben. Ich habe jetzt zwar schon den einen oder anderen Traktor gesehen, der durch die Gegend gefahren ist damit, aber wir waren da jetzt selber noch nicht in Anführungszeichen betroffen gewesen. Aber finde ich auf jeden Fall 1A. Auf jeden Fall. Und du musst mal aufpassen, du hast glaube ich den Daumen da sehr stark auf der Linse. So, wir sind jetzt angekommen in Kaufungen, also irgend so ein kleines Kaff neben Kassel. Und die Fahrt dahin war teilweise echt ein Horror. Wir standen so viermal ungefähr im Stau und es war auch nicht so wirklich ersichtlich, warum man im Stau stand. Meistens, weil die Leute sich nicht richtig eingeordnet haben oder so. Oder wegen irgendwelchen Ampeln, die eine ziemlich bescheidene Schaltung hatten. Aber gut, wir haben jetzt auf Freitag, die Leute wollen nach Hause. Wir haben jetzt mittlerweile 16 Uhr. Wir sind knapp für 100 Kilometer zwei, zweieinhalb Stunden ungefähr gefahren. Die Sonne kommt gerade nochmal raus, also besser kann es eigentlich nicht sein. Wir haben den Wohnwagen komplett aufgebaut, also die Stützen runtergefahren. Innen müssen wir natürlich noch einräumen. Aber als erstes gehen wir jetzt nochmal einkaufen, weil wir haben eigentlich gar nichts dabei. Wir müssen noch Getränke holen, wir müssen noch Seife holen und so weiter. Und das ist jetzt auf jeden Fall Schritt Nummer 1. Ja, und heute gibt es mal einen Aldi anstatt einen Rewe. Und die Dorfjugend hat sich schon Bier geholt, also ein ganz normaler Freitagabend auf dem Dorf. Heute wird uns die Vanessa durch diesen Einkauf führen. Ja, ich muss jetzt hier erstmal meinen Einkaufstitel raussuchen. Aber die Vanessa ist kein guter Führer. Ja, und die Vanessa ist kein guter Leiter durch den Einkauf. Hey, einkaufen kann ich gut. Das ist meine einzige Tätigkeit, die ich wirklich gut kann. Ja, aber warum läuft das dann immer so chaotisch ab? Das Ding ist, man läuft jetzt gleich dreimal hier durch den Laden. Wir sind jetzt gerade kurz nach dem Eingang. Mein Leben ist immer chaotisch. So lebe ich. Das ist viel einfacher so. Nein, eigentlich nicht, aber... Das ist für mich schon. Also ich garantiere euch, wir werden jetzt noch viermal hier diesen Eingang sehen. Nein, das stimmt doch gar nicht. Also ich war echt lange nicht im Aldi einkaufen. Und seit wann haben die denn hier Monster? Was sagen Sie zu der Situation, dass die hier Monster drin haben? Hat doch eigentlich jeder hier verladen, oder? Ja, aber Aldi ist ja dafür bekannt, dass er eigentlich fast nur seine Eigenmarken hat, außer dann so Wechselsachen dann. Ja. Wir sind jetzt fertig mit dem Einkauf und hatten dann doch einen relativ vollen Einkauf. Auch mit ein paar Sachen, die nicht geplant waren, sage ich mal, aus der Aktionsfläche. Und die Sonne scheint jetzt mal wieder ein bisschen. Ich denke mal, wir hatten seit bestimmt drei Wochen keinen richtigen Sonnenschein mehr gehabt. Auf jeden Fall nicht in der Dauer. Nee, auf gar keinen Fall. Und das kann man auf jeden Fall genießen. Es ist zwar blöd, dass jetzt in ungefähr einer halben Stunde die Sonne untergeht und wahrscheinlich soll es morgen regnen. Aber naja, man kann nicht alles haben. Wir sind jetzt wieder im Wohnwagen. Und jetzt kann ich euch mal zeigen, was wir außer natürlich die Lebensmittel noch gekauft haben, weil das ist jetzt vielleicht nicht ganz so spannend. Wir haben einmal für 15 Euro diesen Rasierer gekauft. Das ist so ein komplettes Set mit allen möglichen Krimskrams. Ich habe den eben schon mal ausgepackt. Man sieht es wahrscheinlich, weil der nicht mehr so gut eingepackt gewesen ist oder jetzt nicht mehr eingepackt so gescheit ist. Weil das ist ja bei solchen Verpackungen des Öfteren mal so, dass die dann vielleicht nicht mehr ganz so gut zusammengehen. Aber an sich sieht es schon mal ganz gescheit aus. Ich denke mal, der wird auf jeden Fall was taugen, weil mein Alter, der ist schon ziemlich stumpf, mein alter Rasierer. Und naja, für den Bart wird es auf jeden Fall, denke ich mal, gehen. Und dann haben wir noch hier einmal so ein Ich-schlag-mir-Seile-in-die-Fresse-Set. I seriously have no idea. Ne, das ist so ein kleines Mini-Sportgerät, weil ich jetzt hier noch nicht meine Handhüllen oder sonstiges dabei habe. Das will ich dann später mal auf der Weltreise mitnehmen. Aber so kann man dann schon etwas Sport machen. Und sie könnten dann auch etwas Sport machen mit dem Gerät, weil da waren dann schon ein paar Übungen dabei gewesen. Weil die Vanessa ist nicht ganz so sportlich. Aber ich habe mir eine Yoga-Matte gekauft. Aber ich will kein Yoga machen. Also vielleicht ein bisschen was für den Rücken. Aber ich will jetzt da nicht so... Sonst eher so Fitnessübungen machen, meinst du? Ja, auf jeden Fall. Das habe ich ja damals schon mal ein bisschen gemacht. Aber irgendwie jetzt nicht mehr. Also sie hat eine Ausdauer halt von, keine Ahnung... Das ist eine Fische. Nee, aber das Ding ist halt, also von der Ausdauer her ist das schon für dein Alter bedenklich, muss man wirklich sagen. Wir brauchen einmal einen kleinen Berghof zu fahren mit dem Fahrrad und ich bin knallhaut und kriege keine Luft. Ja, deswegen sollte man da auf jeden Fall was machen. Weil es ist wichtig, jetzt im Alter was zu machen. Und dann wird man in der Regel auch deutlich älter, wenn man einigermaßen gesund lebt. Das ist ganz wichtig. Ja, und ich denke mal, wir gucken jetzt nochmal, was hier im Umkreis so ist. Wir gehen mal ein bisschen spazieren. Vielleicht ist da noch das eine oder andere, was man entdecken kann, sage ich mal. Und naja, die Sonne geht auch gerade unter. Das heißt, so ein langer Spaziergang wird es auf jeden Fall nicht werden. Wir sind jetzt keine 300 Meter weiter gelaufen von dem Stellplatz selber entfernt. Wir haben hier einen richtig schönen Sonnenuntergang. Und dann haben wir noch eine richtig schöne Brücke, die über einen so einen Bach geht, der auch relativ voll ist. Das sieht wirklich sehr schön aus, muss man sagen. Kannst du einen Fluss sagen? Ja, jetzt momentan. Aber ich glaube, sonst würde ich sagen, eher ist es, denke ich, mal ein Bach. Am besten googelt es mal, bevor ich da jetzt was Falsches sage. Und man kann richtig gut den Mond sehen. Wahrscheinlich jetzt auf der GoPro überhaupt nicht. Das ist ja eh nicht so was fürs Dunkle, die GoPro. Aber da kann man den Mond so krass sehen. Wir haben wahrscheinlich jetzt Vollmond oder wirklich fast Vollmond. Echt schön. Ja, wir haben uns jetzt entschieden, dann wieder umzudrehen, weil es ist ziemlich kalt. Und ich bin natürlich auch wieder mit dem Pulli bestens gekleidet für das Wetter. Nee, wir haben acht Grad. Das war eben in der Sonne auch ganz schön gewesen. Aber jetzt gerade ist es dann doch etwas frisch, muss man sagen. Und dann haben wir jetzt diesen 500 Meter Spaziergang dann langsam beendet. Nee, wir laufen jetzt wieder zum Wohnwagen. Ich denke mal, dann werden wir auch gleich nochmal was essen. Ja. Und ich denke, heute werden wir dann auch gar nicht mehr so viel machen. Und morgen werden wir mal gucken. Vielleicht fahren wir zu dem Herkules in Kassel. Und ja, werden da mal gucken. Oder irgendwelche anderen Aktivitäten in Kassel machen. Die Vanessa bereitet uns jetzt was zu essen zu. Und zwar diese überbelichteten Würstchen. Und naja, die riechen echt komisch. Die sind jetzt von Aldi gewesen, die wir gerade geholt haben. Und ich finde, die riechen nach Füßen. Und naja, ich sag mal so, ich hatte Lust auf die Würstchen, aber jetzt gerade nicht mehr so. Was sagen Sie dazu? Das Problem ist, wir haben zusätzlich keinen Senf mitgenommen, damit man da jetzt irgendwas retten kann. Das heißt, wenn die nicht schmecken, dann gibt es Brötchen mit Schablettenkäse. Also von der Optik her sehen sie ganz gut aus. Aber die riechen immer noch komisch. Aber es kommt ja auf den Geschmack an. Und wer weiß, was man da jetzt gerade isst. So, nachdem das mit den Bratwürstchen eine Enttäuschung auf jeden Fall gewesen ist. Für die Vanessa mehr als für mich. Gibt es jetzt nochmal diese Knusperkekse, Pralinen, was auch immer. Die schmecken auf jeden Fall ganz gut. Und für die Vanessa gibt es hier noch was supergesundes und nahrhaftes. So, Haselnusskekse. Die finde ich jetzt nicht ganz so geil. Und dazu gibt es noch eine Runde. Mensch, ärgere dich nicht, dass ich dann die Vanessa wieder mal abziehe. Hey. Und dabei hören wir Musik mit unserer tollen Box, die wir beim Action für 4 Euro gekauft haben. Aber die ist tatsächlich echt nicht schlecht. Für 4 Euro kann man da nichts sagen. Die kommt natürlich nicht an so eine GBL-Box ran. Diese Runden, was auch immer. Aber ich meine, man darf sich für 4 Euro sowieso nicht beschweren. Ich wollte gerade sagen, das sind 4 Euro. Das ist eine Packung Fleisch. Ja. Früher war es eine Packung Zigaretten. Nachdem ich die erste Runde Mensch, ärgere dich nicht verloren habe, aber dafür wenigstens eine Runde Mau Mau gewonnen habe, beenden wir jetzt auch das Video. Morgen gefahren wir zum Herkules. Das machen wir dann aber wahrscheinlich im nächsten Video und allgemein nach Kassel und werden da etwas unternehmen. Damit würde ich sagen, ich bedanke mich fürs Zuschauen, abonniert den Kanal und... Gute Nacht! Okay, gute Nacht!